Der Pfarrer Ernst Sieber wird an diesem Wochenende 80. Während langer Zeit war er das soziale Gewissen der Schweiz und auch heute noch setzt er sich unermüdlich ein für Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind und bei ihm einen Platz haben, mitten in seinem Herz. Wir feiern mit ihm Happy Birthday, Pfarrer Ernst Sieber. Im Fenster zum Sonntag.